rück macht sich mehr mit zu viel gegrindet zu viel gegrindet mit dem rücken oder bei 10.000 bei deren spaghetti code würde es mich nicht wundern wenn ich genug stellen da werden in der datenbank spaghetti code mom's spaghetti den kaffee wie damals selber eiskalt genießen auch wie damals mag ich voll gerne ich mag wie damals also nicht zu viel ab und zu richtig kalt voll geil 67 mal gucken bestimmt werde ich irgendwann noch 67 haben ja aber ich gehe da jetzt nicht aktiv drauf das ist voll schlimm so richtig nice wie damals ist schon schmeckt schon gut gibt auch viele die mögen das nicht also allein schon den geruch mögen die nicht weil also wie beim bier höre ich dann immer das riecht wie brot naja zwei bier sind auch ein brot oder so sagt man immer glaube ich gar nicht eins wie damals doch voll geil wie damals schon lecker aber ich finde man zu viel davon trinkt dann wird das auch übel süß irgendwie das ist schon beim ersten schluck zu süß für mich echt aber generell ist so schokolade und so ist es schon oder oder bist du so gar nicht der süße typ so gar nicht der süße typ nein ich bin kein süßer typ das muss deine frau beurteilen erne ist keine frau nein ruhige sterbe blutige nuva ja also wenn ihr bock habt blutrünstige nuva ist gespawnt ich habe nichts in der nähe mit scharf stehen alle woanders tatsächlich nach sieben tage pende ach hast du reich fertig okay dachte du wärst durch damit ich bin so froh dass ich damit durch bin noch zeit gelassen tru tru aber ordentlich zeit nicht das ist schon ein paar ja ich kann ich meine lutzkoop eigentlich kann ich die lutzkoop pausieren aber ich mag die lutzkoop weiter und wechseln dann auf die lahn oder Oder was meint ihr? Bitte mal bitte die Prozente linken. So alle 20 Prozent. Ist denn jemand von uns bei Nova gerade? Bei der Blutrunzigen? Der uns oder beziehungsweise Katzi die Prozente mitteilen kann? Geil. 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 Kido, bist du bei Nova? Nova? Geil. Geil. Ja Katzi, läuft. Würde ich sagen. Richtige Anti-Mates alle. Richtige Anti-Mates. Keiner switcht für dich. Oh Gott. Also wirklich. Sind nur Farbe und Tod. Achso. Hast kein Wissen? Das ist der Community. Sorry, aber ich lieb sie. Geil. Geil. Bist du Reaktion, oder? Nö, geil. 90 Prozent. Katzi. Ich call dir aus dem Gehirn-Chat, okay? Noch 90 Prozent. Geil. Danke, Gönja. Wenigstens einer, der da hingeht. Mensch, Gido hat kein Wissen. Wieso hast du es Wissen? Ich überlege gerade. Musste man bei Nova nicht ein NPC anquatschen, um Wissen zu bekommen von Nova? Meine ich. Also irgendwie fehlt mich in der Waffe. Feels bad. Mit. Warum da habe ich keine Waffe eher? Fuku. Ja. Kommt ihr klar mit der Musik, oder ist euch auch eher nach was anderem, wie mir? Oh, da beschäftigt sich die Nova zu verricken. Ich bin ja in der Weihnachts- Oh Gott, nein. Weihnachten haben wir noch schnell genug, ey. Was wäre denn das andere? Das entscheidet sich dann. Das entscheidet sich dann sehr spontan. Heavy Metal. Oh Gott, nein. Ich brauche mal ganz kurz einen Buff. Heavy Metal. Nee, nee. Ich bin gar nicht so der Metal-Typ, ne? Metal, Leute. Bin ich gar nicht so der Typ von. Hast du Metal? Ha, ja. Auch nicht. Rock. Okay. Ja, Rock. Ja. Rock. Ja. Rock. Ich höre nicht an, ist tatsächlich nicht. Ich bin ja auch mehr so der Hip-Hop-Oldschool-Hörer dann, aber... Elvis. Na, jetzt geht's aber los hier. Du bist selbst wenn du war. Okay. Ja, ich lese vor, was im Gen-Chat steht. Das stand bis auf die letzten 90%. Gerade stand nichts. Gerade hat sich nicht mehr ausgehalten. Kein Vertrauen. Kein Vertrauen. RIP. Geil. Das freut dich, ne? Dass ich das gemacht hab? Freut dich. Okay. Meine Stunde sagen wir mal, warum? Achso, okay, klar. Ja, Pok. Geil. Weißt du nicht, na? Was ist hier denn, Ernerchen? Musik. Musikmäßig. So, Pip-Polera oder... Rap? Hip-Hop? Jetzt hab ich gar nicht so richtig vorhin drauf geachtet, wie viel ich gemacht hab mit Agri-Signal. Jetzt hab ich gar nicht so richtig vorhin darauf geachtet, wie viel ich gemacht hab mit Agri-Signal. Und äh... 50% Nuva, by the way. Ähm... Ein fähig gemacht hab mit Agri-Signal. Und goldener Lutz-Crawl. Fug... Eigentlich wollte ich mir das angucken. Scheiße. War vercheckt. Bei mir passt das, was der gesagt ist. Jaaa, ich bin halt so unentschlossen mit der Musik. Ganz komisch heute. Habe ich wieder darauf Bock und dann wieder darauf und dann irgendwie... Ne, doch nicht? Ach, ich weiß auch nicht. heute ist komisch doch bin einfach zu aufgeregt da geht das öfter mal durch mit mir warte mal das fühle ich aber hier das fühle ich hier das lied ja das fühle ich wie es kanal durchsappen damals war noch alles fertig ja so geht es halt mit musik hallo nur alte kindergarten hallo hashtag protect queen ist aufgeregt wegen den 100 paketen später deswegen wirst du ein bisschen aufgeregt in der garten legende ist einfach so gut gewesen ich musste das machen war gut aber es müsste mittlerweile müsste ich einen richtigen ach ne doch ne hallo trax neo da habe ich dir wieder was gezeigt ja du kannst mir nicht einfach so eine seite zeigen was denkst du denn ich bin davon direkt beeinflusst und wie war wir trotzdem alles gut ihr gechillt eine glocke und ein ding ist alles gleich direkt mal glocke werfen waffe ist ab und let's go was für eine seite spruch des tages hat er mir geschickt hallo die seite noch eine ja weißt du die ganze droppe ich keine fucking waffe und dann zwei hintereinander oder was deckt mich doch aber wirklich zurückgeheim ist verratet äh giraffen machen spaß.com heißt die seite ja giraffen mit waffen whatever hallo hallo hey was soll das denn was habe ich gerade gedroppt ach ach ne kralle hab ich mich gerade erschrocken was ist das gerade so hä warte kurz was kann ich hier droppen dass ich mich freue aber ja gut giraffen machen spaß.com ja macht heute halt machen oh hier wurde einfach spot ninja ja ich bin auch warte mal überladen so nochmal weil überladen deswegen oh no ich habe mich nicht rechtzeitig gedreht oh ich habe mich nicht gedreht dass ich gegen den ninja verliere ist das dreckigste was mir passieren kann ach ich habe mich nicht krass aus ja das ja das das hätte nicht sein müssen und da ärgere ich mich gerade ein bisschen drüber ich hätte ihnen einfach die beine weggezogen wie es immer mache und dann wäre tot gewesen aber verkackt verkackt ach gegen den ninja kann ich gut ey gerade im 1v1 aber das war scheiße ach kann ich mich wenigstens mal kurz anziehen hier richtig okay so wenn das wasser zwei bis drei sekunden vorher laufen ist und dann erst eingießt okay warte mal ganz kurz ich muss jetzt mal kurz herausfinden ob hier jemand grindet sieht so aus man habe ich so eine kack waffe und dann sowas ich sehe keinen weißen ich sehe keinen weißen punkt warte da hinten Oh, warum? Hi. Ah, ich hab schon gelesen, war gemein bezogen, Paketöffnung ist, ja, so gegen 18 Uhr. Die wird mich nackig machen. Okay. Man, 34 Minuten noch loskürtet. Oh, fuck. Yo. Zu viel gedischt. Ah, ich komm nicht hinter dir, ich bin hinter dir. Also manchmal frage ich mich auch, was ich da tue. So, HotTipStream. Was für HotTipStream? Warum? Ich lag auf dem Boden. Ich lag auf dem Boden. Ich habe meine Chance für sie. Und meine Waffe ist natürlich jetzt auch ein wenig. Okay. Trag keinen Schlüppi, Kopfkirchen ist euer Problem. Boah. Ich darf gleich mal Kloster gehen, individuell vor Spot machen. Ja, kannst du machen in 33 Minuten. Also heute ist echt super viel los, Kloster, ne? Okay. 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 Ich glaube, jetzt hatte ich eine Stunde, glaube ich, Ruhe, ne? Das geht schon. Ich glaube, Orcs ist jetzt noch heftiger. Ja. Keine Zeit muss bleiben. Okay, Mann. John Wick, MS3 gucken. Echt? Hast du die vorgenommen heute? John Wick? John Wick ist nice, ja. Wie sagt Coco, ich bekomme Schnappatmung, wenn ich mich konzentriere. Freundin kommt vorbei. Ja, nice. Ist doch gut. Bei mir regionales Wasser mit Skaffekt verglichen. Faktisch ist das aus der Leitung die Qualität besser. Fragt sich nur, wie viel davon flöten geht, wenn es durch die Leitung geht. Naja, also wie gesagt, laut der Reportage ist es ja sowieso so, dass wir das, was wir kaufen, dass das so 20% Leitungsversand hält. Bekannte. Bekannte. Äh, äh, woran? Kein Interesse? Achso, spielst du eigentlich noch später New Word? Äh, New Word ist nicht mein... Ne, ist nicht meins. New Word ist nicht so meins, muss ich sagen. Aber genug, Leute, streamen wir auch gerade, äh, New Word, von daher... Ne, ist leider nicht so mein Game. Aber ist okay. Da muss ich den Herd voll um. Lieber Valheim. Genau. Dann lieber meinen Bachelor in Außenarchitektur. Genau. Siehst du nochmal, die immer Häuser renoviert haben? Innenausstattung. Meinst du hier, ähm... Tine Wittler... Wittler. Tine Wittler. Oh, Mann. Tine Wittler. Schwarzhaarige. Ich weiß nicht, welche HV... Hatte die nicht Blonde? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Luca Wittler. Luka Wittler. Ziegendiensten. Ey, Valheim bin ich pro, ja? Im Bauen. Die war blond zu der Zeit, als ich das... Also, ich meine auch, dass die Tine Wittler, ähm, blond gewesen ist. Oha. Sag mal nicht sowas. Ich bin nicht mal ansatzweise so eingestellt. Sag das mal nicht, ey. Pass auf, nachher gibt's nur Leute, die das glauben. Ja, da schreibt das Kapper nur fünfmal dahinter. Das wird nämlich übersehen. Meine Liebe. Leider ist das so. Die andere heißt Vera und war schwarz von den Haaren. Vera... Warte mal, klingelt's irgendwie ganz... ganz bisschen. Ja, das... Hast du Sascha mal geschrieben? Ich bin grad auch nicht... Ich bin grad auch unsicher. Okay, okay. Vera und schwarze Haare. Also an die Vera kann ich mich irgendwie... Weiß nicht, irgendwie klingelt's, aber ich kann... Hab kein Bild im Kopf. Bei der Tine Wittler? Ja, schon. Das schon. Ja, seitdem wir das angepasst haben, weißt du ja nie so richtig, was erlaubt Twitch jetzt. Ob das erlaubt Twitch, ne? Kann mir eigentlich auch mal drauf. Ja, alles gut, alles gut. Also wegen mir, ne? Ich hab das jetzt auch nicht böse aufgefasst oder so. Knubblige... Ne, ich glaub du verwechselst das grad mit der... mit der Dings hier, ähm... Vera am Mittag. Oder meinst du die Vera am Mittag? Meinst du die davon? Bis zum nächsten Mal.